Musik Komm schon! Na was zum? Guck nach, du Typ! Hier! Tag auch! Na also... Ich könnte eigentlich alle hier herunterhauen. Theoretisch. Aber da muss ich aufpassen wegen dem Wichser hier, weil der hier herumguckt. Oder? Ja. Und den Köter. Alter! Ja, in grob werde ich viel einfacher, wahrscheinlich. Denk ich mal. Wenn man auch einen guten Partner hat, der was Gutes helfen kann. Dann wahrscheinlich schon. Ja, das... Das ist gut, wenn ich die hier rein haue. Perfekt. 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 Komm mit, Kollege. Die wird dann wenigstens sowieso niemand finden, also... Ist das gut. Die sind einfach dann vom Airborne verschluckt. Ja, passt da. Okay, nochmal abwarten. Gut, dass man bei jedem Far Cry 3, also Far Cry 3 und Far Cry 4 immer Warlag hat. Oh oh, der Köter. Oh oh, der Köter. Der Köter geht mir grad auf den Keks. Aber nicht wenig. Aber er hat mich noch nicht gerochen. Das ist gut. Alles klar. Komm schon. Nein mit dir? Sehr schön. Okay, wie soll ich den Köter erledigen? Ich weiß nicht. Hören die das sofort an, wenn ich hier den Wichser erledige, oder nicht? Ich... Ich hab Angst. Pfeile stellen ist halt auch blöd, wenn mit dem Köter, oder? Der ist dann alle hier hinloggen, weil wenn sie sehen, dass der Köter tot ist. Ha 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 ha. Okay, ich log ihn hier hin und dann kann ich nur hoffen, dass er mich nicht sieht. Ja, ich log ihn hin. Ich log ihn hier hin irgendwo. Und dann schön von der Ecke irgendwie wegholen. Oder von oben. Oder von oben. Von oben. Von hier ist er runterbrezeln. Das ist nicht gut, Tüte. Okay, ich hoffe es klappt. Ich hoffe es klappt. Alter. Okay. Komm schon. Wo läuft der jetzt hin, der Typ? Hallo? Die Scheiße ist der Kackhaufen. Mann. Oh oh. Alter. Kommt der jetzt wieder? Nö. So eine Kacke. Der Alarm kann ich grad nicht so abschließen. Das ist nicht euer Ernst. Grad so nicht. Ich fass es nicht. Ähm. Der, 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 der Köter läuft dort, genau dort herum, wo ich, wo ich es nicht gehofft habe. Der ist super. Das ist geil, ne? Der Alarm treffe ich auch nicht. Wo läuft der jetzt hin? Wo läuft der jetzt hin? Wo läuft der jetzt hin, Kollege? Komm schon. Alter. Ich seh den Alarm nicht. Das ist nicht. Oh. Wenn er sich hinlegen könnte vielleicht dann, aber kann er nicht. Aber ich glaub der könnte jetzt hier kommen. Ähm. Wo ist das? Was? Okay. Komm jetzt. Ich weiß, dass du hier hinten hier so gehst. Na ich weiß nicht, aber ich hoff's. Ja doch. Sieht gut aus. Komm schon. Komm schon. Komm du scheiß Köter. Okay. Ich glaub. Wenn, dann muss ich noch weiter hier hinlocken. Aber ich glaub es passt. Komm. Hat er? Ja. Ich hab gedacht hat er gepeilt. Kommst du jetzt? Komm, 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 komm. Immer brav weiter. Komm. Nein, 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 nein. Hier. WTF? Er... Oh, er hat mich gewittert. Shit. Das ist schlecht. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Nein. Ey komm! Screw your anything! Shit! Okay, eine Alarm ist noch weg. Weg, 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 komm, 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 komm! Ich komm ja auch nirgends hoch! Was für ne Scheiße jetzt hier! Oh Gott! Mach mich nicht schwach! Ja, super, die Chaganats kommen auch hier hoch, ganz geil! Ich muss hier, komm! AJ! AJ! Alter Mann! Okay! Ähm... Das ist jetzt verdammt... Das ist jetzt verdammt kacke! Das ist verdammt, verdammt, verdammt kacke! Aber sie... Sie wissen nicht, wo ich bin, verflucht! Aber sie werden es bald wissen, habe ich das Gefühl! Ich kann mich nirgends sehen, ohne dass sie mich sehen, verfickt! Komm schon! Komm schon! Und... Wieder nur den Alarm mir abknallen! Jetzt! Dankeschön! So ihr Wichser! Jetzt habt das! Echt jetzt? Echt jetzt? Ich treff alles! Ich treff wirklich alles! Nur nicht das, was ich will! Das ist super! Ich bin komplett im Popo! Echt jetzt? Echt jetzt? Echt jetzt? Du Wichskind? Wie kommt der hoch hier? Hä? Alter! Also ne, der kommt gleich hoch wie ich, äh... Alter Mann! Alter Mann! Alter Mann! Alter Mann! Ich hab Angst! Verflucht! Er macht das Tor auf! Ne, ne, bin ich nicht! Ich bin schon weg! Alter, ich brauch den ganzen Tag oder was! Scheinbar, weil es schon Nacht wird! Fuck! Ich hab mir das Ding echt einfacher vorgestellt! Auf jeden Fall! Es sind aber nur mehr vier Leute! Zwei Charnads und zwei normale! Das muss doch zu schaffen sein! Mann ey! Okay! Zwei Charnads und einer noch! Zwei Charnads noch! Oh Gott! Ja, die krieg ich jetzt auch aber! Die krieg ich jetzt auch! Wenn der noch bescheuerter stehen müsste, hm? Idiot! Der geht scheinbar noch immer seine Runde! Aha! Oder? Ja! Und der bleibt jetzt hier super stehen! Supi! Supi! Echt jetzt? Boah, du blöder... Alter! Ne, er geht, okay! Er geht, er geht, er geht, er geht, okay! Oder auch nicht! Warum... Oh! Junge! Was willst du von mir? Dreh dich um und geh weiter und dann war's das für dich! Wär super! Komm schon! Also der schaut genau zu mir, aber genau! Alter! Was für ein Wichser! Na komm her! Ich kann nicht schon Tektorn, oder? Sonst hab ich Angst! Sonst hab ich richtig Angst, wenn ich die Fähigkeit noch nicht hab! Äh... Ja, kann ich! Alter! Muss ja wirklich sicher sein, dass ich dir das Ding schon gekauft hab, weil... Sonst stehe ich vor dem machen und machen normalen Texte und dann passiert nichts! Super! So! Okay... Mein Fernseher, der... 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 Der spinnt die ganze Zeit jetzt hier irgendwie! Keine Ahnung! Bildflackereien und den ganzen Kack! Deshalb muss ich halt ein paar Cuts machen! Ich hoffe es nervt nicht so sehr! Aber... Aber was soll's! Sonst ist auch kacke! Ihr seht dann einen Black Screen und... Das ist auch nicht super! Also dann eher die Cuts und dann seht ihr da ganz das Bild... Als halt ein Black Screen! Jo! Okay! Jetzt kann ich's eigentlich ganz... Ganz geil machen! Und zwar so! Kann ich schon? Na ja, was war das? Das weiß kein Mensch, was das war, ne? Kollege! Das war zumindest mal dein... Dein... TOT! Ach! Endlich! Ich krieg zu viel! Obwohl mir der Köter scheinbar entdeckt hat und auch weil scheinbar alle eh... nicht gewusst haben wo ich bin, eh... trotzdem unentdeckt! Das ist geil! Alter! Was ist los? Boah! Das war echt nicht einfach! Auf jeden Fall schwerer vorges... Auf jeden Fall einfacher vorgestellt halt mit dem Ding jetzt hier! Robert! Befreite Autoposte in dieser Region werden nicht mehr von Deplers Truppen angegriffen! Genau! Ja! War's wirklich! Wenn nicht die Korn zu fangen wird ganz sicher noch härter! Ja, das wird auch ganz hart! Das weiß ich noch, der ist scheiße, ähm... Verbotene... Ver... 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 Verbotene Stadt nicht, irgendwie... Keine Ahnung! Getötete! Irgendwie so ähnlich, der hat der... Kackt den Namen! Alter, das war das ne scheiße jetzt hier! So, hier mal wegmachen, komm! Abflug mit dir! So, sie freuen sich alle, ja, da denke ich mir, alter. Und wer hat aber das meiste gemacht? Ich. Alter. Sehr schön. So, äh, hä? Ich kann hier... Achso, hier, achso, hier war das, wo ich den Köter legt habe, ja, scheiße hier. So. Was hast du für mich? Stück Fleisch. Warum Stück Fleisch? Ich weiß, ich hab den doch... Ich hab den doch nicht so, äh, erledigt. Ich hab, äh, ein paar Schüsse tot. Oh. So, jetzt war schon wieder so ein Bild-Lag und, oh, Gott, das nervt. Alles klar. So. Sehr schön. Ähm, ich glaub, ich werd jetzt aber mal die Aufnahme unterbrechen und so weiter, also aufhören und so, weil, das nervt, solange sie mit den Bild-Lags sind die ganze Zeit und, äh, ja, äh, ein paar haben wir denn eigentlich schon nicht, okay, hier haben wir was und hier haben wir was, okay. Ja, da ist natürlich jetzt auch geil, äh, diese Scheiße hier mit, ähm, mit dem Auspostenmeister, das wir dann nochmal hier machen sollen. Alter. Okay, dann kann ich jetzt eigentlich, was ich vorher schon machen wollte, was auch immer das war, das war das, oder? Ja. Äh, sehr schön, okay, gut, dann, wie ich sag, wir machen denn in der nächsten Aufnahme dann die, 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 die zwei Nehmissionen, also, also, die Jagd-Überlebens-Kacke und die Geisterrettung, also nicht die, was hier 10.000 Mal sind immer, die zwei Sachen und dann, jo, machen wir eine Lampenungs-Mission oder so. Ja, also, wir hören uns dann beim nächsten Mal und tut mir halt leid wegen den ganzen, äh, äh, Schnitz und Katz und ganzen Kack, weil, ja, ich hab keinen Plan, warum es hier die ganze Gelekt, äh, nicht Gelekt, äh, Bildstörung und der ganze Scheiß war, frag mich nicht. Okay, also, ich hoffe, dass es beim nächsten Mal dann besser ist. Gut. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Vega sagt, ciao. Ja, 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 ja.